Hast du's? Nee, ich... Äh, C-Doppelpunkt. Genau. C-Q-Stern. Warte, ich muss nochmal da rauf. C mit dem Punkt? Äh, C-Doppelpunkt. Nee, C-Doppelpunkt war's auch. Okay, ja. In dem Moment hat gerade der Snooze-Button rumgepiept. Deswegen hab ich nichts mehr gehört. Das Furchtbare war, äh, ich hab den Stern bei dem einen übersehen gehabt. Ja, ich hab's drauf gedrückt. Äh, nein! Ah, wir kommen immer näher. Es ist jetzt aber auch echt schwer. Okay, ich fang gleich wieder an. Was haben wir denn hier? Äh, äh, wir haben wieder... Who's next? Who's first? Y-E-S, yes. Äh, zweites, äh, links? Middle. M-I-D-D-L-E. Mittler. Ja, 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 ja. Blank? Ready, okay. Ja, hab's schon gedrückt. Blank. S-A-Y-S. Äh, ja. Drittes, l-Rechts. U-H, letztlich ein U-H. Ähm, U-R. U-U-R. Hab's gedrückt. Weiter geht's. Ähm, okay. O-K-A-Y. Ja, äh, erste Reihe rechts. D-O-N-E, dann. Ach da, sure Ja, okay, hab gedrückt, okay Buchstaben Ein O mit dem Strich nach unten Das N mit so links und rechts So ein Kringel dran Und das HS Und ein T mit einem A Also ein großes A mit einem Strich In der Mitte nach unten Warte kurz, ist das Piep wieder Ja, ich brauch's auch leider nochmal O mit einem Strich nach unten A mit einem Strich nach unten HS und ein N mit so Squiggly Lines Links oben und rechts unten Ja, okay, dann O, A Dann deine Squiggly Lines Ja, ich kann das nicht beschreiben, okay, nächstes Ähm, der Smiley mit der Zunge Ein umgedrehtes, also nach unten Guckendes Fragezeichen Das H mit dem Dreieck und den Füßen Ja Und das XI Ähm, H XI Fragezeichen Smiley Okay, Kabel Fünf Stück Ähm, sollte das letzte Kabel schwarz sein? Nein Ähm, gibt es exakt ein rotes? Nein Gibt es keine schwarzen? Ja Zweite Hat geklappt Wir haben einen Button Ich kann aber nicht sehen, welche Farbe er hat Weil das Licht ausgefallen ist Und wir haben noch 15 Sekunden Mach dich schon mal auf den Button Ich glaube, er war blau Und ich glaube, da stand Holt drauf Ja, blau Holt Was soll ich tun? Äh, gedrückt halten Weiß Äh, eins Okay, dann bei einer Sekunde Wenn man nur 2 Minuten 30 hat Aber gut Wir haben es geschafft Ich kann nicht mehr, man Dieses Spiel Macht mich fertig Und jetzt haben wir No room for error Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, ne? Kein Platz Ja, du Kein Platz Du musst mal aufpassen Und irgendwie nicht wieder Müll machen Äh, du bist schuld Du hast schon so häufig Bullshit erzählt, Mann Ich mach doch nur, was du mir sagst Ich erzähl kein Bullshit Aber wir können ja gerne mal tauschen, Junge Ja, du kennst dich ja schon halbwegs mit den Modulen aus Siehste? Ich kenn die Beschreibung überhaupt nicht Okay Ja, ein Fehler Und es ist alles vorbei Wir haben 5 Minuten für 5 Module Ja Das heißt, ich verklick mich hoffentlich nicht Du hast letztes Mal den Fehler gemacht mit dem falschen Buchstaben, ja? Ja, ja, ja Ich hab nur drauf gedrückt Ich bin nicht schuld Okay, gucken wir mal, was wir haben Oh, rate mal Who's next? Oder Who's first? Ist als erstes dran Nothing N-O-T-H-I-N-G Zwei Links Done D-O-N-E Das hab ich das letzte Mal nicht gefunden Also Sure U-H-H-U-H Next What? Fragezeichen Your Äh U-R Also Your You Are Mit Apostroph? Ne Also You You Are Mit Apostroph Hab ich danach Also ist auch bei Okay, hab's gedrückt Hat geklappt Äh R-E-E-D Read Ähm Drei Links Your Y-O-U-R Yes Nothing Ja, hat geklappt Super Jetzt haben wir das Remember mit Zahlen Dieses, wo eine 2 oben steht und 4, 4 Tasten drunter sind Du erinnerst dich Äh Das ist oben Display mit der Zahl drunter, da drunter 4 Buttons mit Zahlen drauf, 1 bis 4 Ja, erzähl, ja 2 steht oben Ähm, drück den Knopf in der zweiten Position Das ist eine 4 Ja 2 steht oben Ähm Selbe Position wie Stufe 1 Das ist eine 1 Das ist eine 2 2 Ähm Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 1, also mit der 4 Das ist jetzt an der ersten Position 4 steht oben Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 2, also zweite Position Das ist eine 3 Und letztes Eine 2 Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in 2, was die, was eine 1 wäre Hat geklappt, okay Ähm Knopf mit Hold erst weiß Und danach kommen Kabel Der, Moment Knopf weiß Ne Ähm Dann, äh, gedrückt halten Wir haben keinen Platz für Fehler, ja Ja Okay, ich halte Es wird weiß Äh, 1 Okay, hat geklappt 5 Kabel Normale Ja, ja, Standard Kabel Die einfachen Da haben wir 2 Modulen noch von 5 Kabel Sollte das letzte Kabel schwarz sein? Ja Und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade? Guck nach Ja, eine 1 Durchtrennen Sie das vierte Kabel? 1, 2, also das gelbe Hat geklappt, okay 4 Kabel Anderes Modul 4 Kabel, also wieder das Standard Kabelmodul Gibt es mehr als ein rotes? Ja, 3 Die letzte Und die letzte Ziffer der Seriennummer war ungerade? Ja, eine 1 Denn durchtrennen Sie das letzte rote Kabel Ding 1 Minute 38 Wenn wir Zeit haben, dann geht das auch Aber ohne Zeit Ey, das ist so assig Ja, nice Ach Oh Mann Wie viel haben wir denn noch in dem Modul? Noch eins Jetzt kommt, glaube ich, ein Marathon 8 Minutes heißt es 3.7 Oh Gott 8 Modules 8 Minutes Take your time Relax Note Never relax when defusing a bomb Sehr schön Ich liebe den Text Manchmal ist das gut Okay, willst du anfangen? Wir können ja 8 Module Ich nehme an Auf jeden Fall Morsecode einmal Oder Labyrinth Ja Und Simon Says Also Ne? Klassik Okay Es lädt Puh Erste schwarze C Trenne falls verbunden mit A, B oder C Also ja Hat geklappt Zweites rotes nach A Nein Okay Hat geklappt Zweites schwarzes nach B Zweites schwarzes nach B, nein Drittes rotes nach C Nein Drittes schwarzes nach C Nein Hat geklappt Erstes blaues nach A Nein Dann das nächste rote Nach C Ja, ich kann das nicht 4 war das jetzt, glaube ich, jetzt Äh, ja Hat geklappt Fünftes rotes nach A Nein Zweites blaues nach C Ja Ja, okay Hat geklappt Das Modul ist gelöst Simon Says Okay, Moment Ja, was haben wir Wir haben nur Wie viele Fehler haben wir? Keine Gelb Dann grün Hat geklappt Gelb Grün Dann grün Gelb Hat geklappt Gelb Grün Gelb Also grün Gelb Grün Ja Okay Gelb Grün Gelb Blau Grün Gelb Grün Rot Hat geklappt Ich drück kurz auf den Snooze Button Wir haben Komplexe Kabel mit Ringeln und so Ja Das erste ist LED Rot LED und Rot Moment Davon haben wir zwei Module Also mach dich bereit Durch Mehr als zwei Batterien Mehr als zwei Nein, gar keine Okay Dann nicht durchtrennen Okay LED Rot Blau Kappen Sie das Kabel Wenn die letzte Ziffer der Serie nochmal gerade ist Ist sie Hat geklappt Rot Stern Achso Das ist ja dein Ja Ich kann verstehen, dass das komplex ist Ich hab's ja jetzt gesehen Durchtrennen Sie das Kabel Okay Und einfach nur Rot Kein Stern Keine LED Letzte Nummer der Serie nochmal war gerade Dann kappen Sie es, wenn es gerade ist Hat geklappt Ähm Keine LED weiß Also C Ähm Durchtrennen Sie das Kabel Hat geklappt LED Rot Stern Wir können uns ruhig ein bisschen Zeit nehmen B Äh Ne Nicht LED Rot Blau Stern Oh, also alles Alles Ähm Durchtrennen Sie nicht LED Rot Äh Nicht Blau Stern Ah Moment Fuck Das Modul ist grün Ich hab's nicht Ich hab nicht aufgepasst Ähm Hold Knopf Weiß Ah Moment Ich scrolle Hold und weiß Ich glaub Ne, nur Hold bei Rot Dann halten Rot wird's Äh Beliebiger Position Äh Eins Ja, muss ich fünf Sekunden warten Guck schon mal nach den Buchstaben Also Buchstaben merken Ähm Die Schlange mit den Hörnern Die drei mit den Hörnern und dem dem Schwanz Das B Mit dem Strich drin Ja Das C mit dem Punkt nach rechts Geneigt Und der Dreizack Dreizack B C Gehörntes E Schwätzchen Schlange Hat geklappt Dann kommen wir zum letzten Ne Einfache Kabel Vier Kabel Ähm Gibt es mehr als ein rotes Ja Aber die letzte Ziffer der Seriennummer war gerade Mhm Dann nicht Okay Ist das letzte Kabel gelb Nein Gibt es ein blaues Nein Gibt es mehr als ein gelbes Nein Durchtrennen Sie das zweite Hat geklappt Ähm Zahlen Remember me Oben steht ein 1 Und dann 3, 2, 1, 4 Das ist das letzte Modul Wir haben zwei Minuten Oben steht eine 1 Drücken Sie es in der zweiten Position Das ist eine 2 Aufger Пол Aufgeräte 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 A Beside